Mit einem Gläschen zu viel hinters Steuer? Das passiert Ihnen mit dem Alkoholtester ACE Wave auf keinen Fall. Ein elektrochemischer Sensor misst mit hoher Genauigkeit die Alkoholkonzentration in der Atemluft. Das Besondere am Wave, Sie können ihn auch zusammen mit Ihrem Smartphone verwenden. Dazu laden Sie die App Alkoholvisor auf Ihr Handy und öffnen diese. Dann drücken Sie die mittlere Taste des ACE Wave bis im Display die Anzeige Disconnect und Test erscheint. Drücken Sie auf die linke Taste und danach auf die mittlere Taste. Der Wave stellt nun die Verbindung zu Ihrem Smartphone her. Ist das geglückt, tippen Sie in der App auf Start und folgen Sie den Anweisungen. Pusten Sie 5 Sekunden in das am ACE Wave angebrachte Mundstück, bis Sie einen Klackton hören. In der Smartphone-App wird nun das Ergebnis der Atemprobe angezeigt. Natürlich testet der ACE Wave auch ohne Smartphone. Dazu einfach den mittleren Knopf drücken, Test auswählen und los geht's. Die Batterie des Atemtesters laden Sie einfach via USB-Kabel. Ein passendes Kabel liegt bei. Im Lieferumfang sind zudem 5 Mundstücke und eine stabile Ledertasche enthalten. Schick, präzise und sogar Smartphone-kompatibel. Mit dem ACE Wave wissen Sie genau, wann die Promillegrenze erreicht ist.